Hallo, Flavio Simonetti hier. In diesem Video will ich dir eine Übung zeigen, die dein Körper breiter erscheinen lassen soll. Und zwar geht es vor allem mit Schulterübungen. Mit Schulterübungen kriegt man ja eine schöne Form. Wenn man kleine Schultern hat, dann schaut es zum Rest des Körpers nicht gerade schön aus. Deswegen will ich dir eine Schulterübung zeigen, die vor allem den vorderen und seitlichen Bereich der Schulter beansprucht. Zusätzlich aber auch den Trizeps und den Trapezmuskel, der sich zwischen den zwei Schulterblättern befindet. Und diese Übung hat Arnold Schwarzenegger in seinen besten Zeiten, sagen wir mal, erfunden. Und sie wurde auch nach ihm benannt und zwar Arnold Press. Und ich will dir jetzt mal die Ausführungen zeigen und auf was du achten solltest. Als allererstes solltest du die Kurzhanteln in dieser Höhe führen. Die Handflächen, die zeigen zum Körper. Und beim Hochdrücken des Gewichtes sollte man langsam das Gewicht eindrehen, die Seite wechseln und dann wieder zurückführen. Also an sich ist das keine schwere Bewegungsart. Es gibt nur einige Dinge zu beachten und zwar solltest du nicht unten oder oben in der Position eindrehen. Das heißt, nicht hier schon hochdrehen, sondern im Laufe der Bewegung. Das bedeutet, im Laufe der Bewegung eindrehen und im Laufe der Bewegung wieder zurückführen. Und man sollte auch vor allem beim Hochdrücken des Gewichtes, also in der obersten Position, sollte man die Ellbogen nicht durchdrücken. Das heißt, wenn man die Ellbogen durchdrückt, dann kann das Ganze auf die Gelenke gehen und kann später zu Gelenkschmerzen führen. Du solltest auch darauf achten, dass du die Übung nicht falsch ausführst. Das bedeutet, zu hohe Gewichte, das heißt mit dem Oberkörper hin und her schwingen oder schwungartige Ausführung. Das bedeutet, ich führe das Gewicht hoch und versuche es so wieder zurückzudrücken. Also mit viel Schwung zu arbeiten, ist auch falsch. Je besser man den Bewegungsablauf kann, desto langsamer sollte man die Bewegung auch ausführen. Ich will dir jetzt mal zeigen, wie du die Übung am besten ausführen solltest. Bei der Übung brauchst du auch gar kein hohes Gewicht. Du wirst merken, es reichen auch schon 10, 15 oder für Fortgeschrittene etwas mehr als 20 Kilo. Also. Ich hoffe dir, mit der Übung etwas geholfen zu haben und mehr Abwechslung in dein Training zu bekommen. Die Übung kannst du also auch zu Hause bequem ausführen. Wenn du Kurzhandeln zu Hause hast, solltest du keine haben, kannst du im Notfall auch Flaschen nehmen und die mit Sand füllen oder mit Wasser. Das ist natürlich etwas wenig Gewicht, aber bevor du deine Schultern nicht trainieren kannst, ist das auf jeden Fall eine Möglichkeit. Wenn du noch mehr Tipps von mir haben willst, dann kannst du auf natural-bodybuilder.de gehen oder auf Facebook. Ich habe dir jetzt unterhalb hier einen Link eingeblendet, wo du mich auf Facebook finden kannst. Ich würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht in nächster Zeit sehen. Mach's gut, bis zum nächsten Video. Dein Flavio Simonetti. Dein Flavio Simonetti. Dein Flavio Simonetti. Untertitelung des ZDF, 2020